So sieht das aus. Thema Weltuntergang. Überall Medien, YouTube, Fernsehen, überall wird drüber geredet. Da fragt man sich nur warum. Aber gut, eine laute Maya-Kalender ist ja nun, war da nicht Schluss, ne? Ja, ich hab gar keine Zeit dazu eigentlich. Ich hab mir auch so viel vor. Ja, diesen Staubsaugen. Ich wollte hier die Wohnung noch ein bisschen in Ordnung bringen. Das Auto wollte er noch waschen. Das ein oder andere Treffen noch organisieren. Hingehen. Irgendwann die Sommerreifen wieder drauf machen. Ich hab gar keine Zeit zum Weltuntergang. Tja. Ist irgendwie blöd gelaufen. Äh, ja. Mal gucken. Ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, all die Mayas, die haben natürlich schon irgendwo ein bisschen was vorausgesagt. Ja, ich mach hier mal diesen Maya-Kalender, den hab ich mir jetzt mal ganz genau angeguckt. Äh, irgendwie kommt mir das Ganze komisch vor. Irgendwas ist mit dem Buch nicht in Ordnung. Weil, wenn ich nicht mehr so hier angucke, irgendwas stimmt damit nicht. Tja. Ich weiß das nicht. Also... Tja. Ich schreibe es vielleicht mal unten in der Box. Ja, untergehen. Thema unter. Unter, das heißt für mich irgendwie oben, unten. So, wenn ich jetzt irgendwas habe, was untergeht, dann liegt es entweder auf dem Boden, ist meistens kaputt. Oder es fällt ins Wasser. Es fällt, tupst und weg ist es. Fällt irgendwann auch auf den Boden. Ist dann zwar nicht kaputt, aber ist halt weg. So, das wäre für mich unter. So, jetzt heißt es, sie geht... Welt geht runter. Unter was? Ich meine, das ist so eine große... So eine große Welt. Äh, da muss ja nun schon irgendwas sein, wo so eine große Welt halt auch drunter passt. Ich meine, wenn ich jetzt... Mal gucken, ob hier etwas klein ist. Ich meine, das machen wir jetzt nicht. Nehmen wir einfach ein Handy. So. So. Wenn ich das jetzt unter... Die ist weg. Ne? Die ist klein. Eine große Welt, da muss denn schon viel sein, wo das untergehen könnte. Nur was ist das unter? Also, mich würde es hier interessieren, wo das unter ist. Na, ich meine, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Vielleicht wisst ihr, wo unter ist. Mich würde es einfach interessieren. Ähm, da fällt mir noch was ein. Ähm, ja, nachdem das Ganze halt eben so irgendwo, wo auch immer unter ist, ähm, wo ich ja eigentlich, wie gesagt, gar keine Zeit für habe. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe so viel noch vor. Äh, pff, naja, sorry Leute. Also, da müsst ihr leider, oder zum Glück, auf mich verzichten. Äh, ich habe keine Zeit dafür. Ja. Und ich habe hier noch... Das ist... Alles das, was ich noch zu tun habe. Ja. Und, äh... Ne... Da geht gar nichts. Das schaffe ich zeitlich überhaupt nicht. Ja. Ja, das hieß... Irgendwo hieß es doch mal diese Geschichte hier. Wie war das noch gleich? Ich bin da nicht so bibelfest. Wiederauferstehung und aus Flammen oder irgendetwas rausgekommen oder so, ich weiß nicht. Und naja, auf jeden Fall, also wenn man hier diese Wiederauferstehungs-Denkspunkte, wenn das dann soweit ist, ich meine, ihr könnt das hier gerne reinposten, wann das denn wäre, da könnte ich mir wieder Zeit nehmen, das ist ja bestimmt noch so ein, zwei, drei Punkte dahin, dass man das ein bisschen bei so einem Vorfeld planen könnte. Weil, wie gesagt, also für unter habe ich jetzt gar nichts, das geht nicht, aber für das wieder rauf, da wäre ich dann wieder zeitlich verfügbar. Vielleicht kann man da ja auch irgendwie eine tolle Party machen, wenn das wieder rauf kommt, das was da runter ist. Und von daher also, wie gesagt, wenn das wieder aufersteht, dann bin ich dabei. Na ja, wie gesagt, poste jetzt einfach mal irgendwie, da können wir irgendwas zusammen machen. Ja, ansonsten, ja, mal schauen, ne? So, das ist aber jetzt bei der ganzen Sabbelei von auf und runter und hin und her, da hat der Kaffee kalt geworden. Irgendwas wollte ich euch noch sagen. Tja, das ist jetzt bei dem ganzen rauf und runter, ist das irgendwie auch verschwunden. Achso, jetzt fällt es mir wieder ein. Ob ich es zeitlich noch schaffe, weiß ich nicht. Ansonsten, ich wünsche euch einfach schöne Festtage, falls ihr auch keine Zeit habt für das Unter und nachher bei dem Kauf dabei sein wollt. Ich wünsche euch frohe Festtage und vor allem heilen einen wunderschönen und guten Heilenrutsch ins Jahr 2013. Und 13. Und 13? Na ja. Nein, das ist ja ein oder andere Arbeit. Ein oder andere Arbeit, gläubisch. Ne? Da gibt es ja noch diese komischen, die immer so über die Straße von falschen Seiten und so. Äh, ja. Ansonsten, wir sehen uns im neuen Jahr. Über ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Über einen Kommentar auch und über eine Videoantwort, das ist richtig. Ansonsten, ich wünsche euch was, frohe Festtage und guten Rutsch. oder mehr Frohe Boe und nochmal. Auf Wiedersehen. Hahaha 32 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR